Ich weiß, mag vielleicht nicht die beste Idee gewesen sein und da drüben ist auch noch irgendwas. Hier ist auch noch mal so eine Schlingpflanze, also Pflanze sehr gefährlich, weil macht zwei böse Sachen. Hält uns einerseits fest, ich kam nicht mehr weg, als wir vorhin da reingelaufen sind. Hier, da kommen wir auch nicht hoch. Also sind wir gerade echt an so ein paar Pünktchen angelangt, wo wir nicht weiterkommen. Es fehlt uns für die Feuerpfeile an Verbesserungen. Da oben kommen wir definitiv noch nicht mit unserer Schrotflinte rein. Ähm. Ja, also mit dem Wissen, dass wir erstmal so nicht weiterkommen. Aber trotzdem gucken wir noch mal, ob uns die Tagebücher jetzt gewertet wurden, obwohl wir gestorben sind. Ja, sind sie. Also ihr Lieben, was fehlt euch an Ausrüstung? Ja. Also hier rein. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage dahinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Okay. Ich würde gerne das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere doch alles ab und bereit. Jetzt können wir auch hier lang. Okay. Hallo, hopp. Komm, Herrscher. Die Geräusche immer. Bei den Geräuschen denkt man immer, oh je, jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Irgendwas kommt. Jetzt kommt's hier rüber. Jetzt kommt's hier rüber. Und wir klettern hoch. Und hier rein. Wow. So, wo ist der zweite? Er hat gesagt, Bruder, also sind sie nur zu zweit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich damit richtig lag. Ich denke, man hätte die theoretisch auch ruhig und lautlos ausschalten können, aber ja. Ja, ne, ne, wahrscheinlich nicht. Nicht rüberspringen und herüber, hinüber, ne. Ich denke, ich hätte es nicht geschafft. Okay, hier hoch, hoch. Okay. Weiter, weiter, Lara. Und, top. Klappt auch sehr gut. Okay. Und jetzt? Wo ist was? Wo muss ich jetzt hin? Denk mal nicht, dass ich mich da rüber? Ja. Oder da, wo? Oder da, wo? Oh. 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 Ach, Lara, wie ein Glück wir wieder mal haben. So ein Riesenglück. Seht ihr das? Der Baumstamm ist... Oh. Der Baumstamm. Oder wie ein Lionel... Oder wie ein... Oh. Oh. Okay. Ja, gut, Laura. Wisst ihr noch was? Okay, hier haben wir einen Schatz gefunden. Okay, braunes Jade-Tinten-Kästchen. Okay, bin ich jetzt nicht besonders berauschen, aber ja. Ich muss sagen, ich finde, es wurden sehr viele Fächer verwendet. Oh, nee. Au. Warten wir eigentlich nicht. Ah. Okay. Sehr schön. Hopp! Ah. Gut. Hier funktioniert doch. Wir können wieder an den Strand laufen. Da kommt er. Ich dachte schon. Ich dachte jetzt echt, hier sind Feinde aufgetaucht, während wir weg waren. Das wäre... Ich warte darauf. Ich trau dir nicht. Ich traue ihn nicht. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, es ist mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort. Und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Frau. Rass. Dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir bald zurück. Oh. Haltet ihn im Auge. Ich trauer ihm nicht. Sehr cool. Okay, Compoundbogen, Waffenmodifizierung, Recurve-Bogenzug, Compoundbogen abgeschlossen, Compoundbogen gemeistert. Bedeutet das, dass wir jetzt unseren Bogen komplett fertig haben, oder? Oh nein, wir haben zwei neue Sachen freigeschaltet. Und zwar, Nähpalmpfeile, aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Sehr nice. Und geflochtene Sehne. Eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Okay. Das klingt ja sehr gut. Also die Nepal-Sache finde ich cool, dass wir jetzt auch Feuerpfeile aufladen können. Den Compoundbogen haben wir jetzt gleich. War wahrscheinlich Aufgabe. Jen, wir müssen... Wohin? Wohin müssen wir hin? Da drüben hin. Ja. Jetzt mit einem besseren Pfeilen können wir aber auch dort hinten nochmal hin. Möchte ich mir angucken. Vielleicht brauchen wir diesen Nähpaar, um die Feuerranken zu entfernen. Und da vorne können wir jetzt hin, weil wir jetzt wahrscheinlich genug Power in unserem Bogen haben, um die Tür aufzumachen. Und das möchte ich jetzt ausprobieren. So. Ich muss etwas Stärkeres finden. Okay. Ich dachte, das wäre es gewesen. War es also nicht. Hm. Fingen wir dann noch eine neue Ausrüstung, mit der wir diese Tür öffnen können. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Okay. Ich frage mich halt nur, wohin? Oh. Also können wir jetzt auch da dran. Aber cool. Okay. Okay. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich kliere es rein. Ab jetzt. Funkstille. Alex. Was machst du da? Oh je. Wir müssen da rüber. Hier, das andere Pfeil wieder ab. So. Weil da drüben... War nicht. Zumindest habe ich nichts gesehen, wo ich hätte hinkonnen. So. Auf nach oben mit hier. Erreichen Sie das Wrack der Endurin. Ja. Ich werde mein Bestes geben. Um das Wrack zu erreichen. Hm. Wir müssen aber immer noch Feuerpfeile haben. Ja. Ach, da ganz unten liegt. Ich dachte, wir landen unten auf diesen Balken. Aber so war das dann doch nie. Wir müssen einfach wieder runterlaufen. Oder ist es noch weiter unten? Und da war das... Jetzt fallen das. So. Damit können wir das jetzt aushören. Oh, was für den Bogen und Schattenkiste. Oh, nicht so. Warte. Warte. Refleckte Jade-Kopfstütze. Hm. Hier ist auch noch mal so was Eingraviertes. Okay, können wir jetzt wieder hoch? Nein, Lara. Erstmal, wo müssen wir hin? Da drüben hin. Ach so, wir müssen weiter oben hin mit dem Seil. Aber die Frage ist... Wie komme ich da drüben jetzt wieder hin? Hm. Ah ja, eine gute Idee. Eine wirklich gute Idee. Hier runter zu springen. Ähm. Wir versuchen es einfach mal. Spring. Ja. Spring. Spring. Das heißt, wir sind jetzt einfach... Ah, okay. Einfach wieder zurück an den Startpunkt. Ähm. Lara. Ah je, Mini. Merkt man es? Ich mag die Stelle nicht. Weil es ist nur die Springtaste. Nur die Springtaste. Sonst nichts. Nichts Gefährliches. Nichts Besonderes. Anspruchsvolles. Nur die Springtaste. Nur die Springtaste. Nur die Springtaste. Oh, hier kann man eine Kiste aufmachen. Das hat sich kurz angehängt. beenge targett. Nur die Springtaste. Nichts Organe. Danke viel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Verstehen. Ich liebe dich. Und dann. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielen Dank.